Ja, wo ist jetzt das Buch in deinem Grab, ne? So, ich hoffe, das andere Grab ist da überhaupt noch. Ja, natürlich ist das da noch. Warum soll das weg sein? Keine Ahnung, weil da ein neues Grab ist. Quatsch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, was willst du auch einfach die Sachen aus dem Reward-Bag haben? Was? Du hättest mir dann doch das verdammte Kackei geben können. Du musst doch nicht den Zombie spawnen. Doch. Während ich gerade, wo ist denn der Scheiß überhaupt? Der ist hier unten. Ich sehe hier kein Grab. Das Grab ist hier unten im Kompressor. Bist du mal genau auf dem Kompressor. Wenn du da bist, kann ich es öffnen. Das geht nicht schneller, wenn man eine Spitzhacke hat. Ich dachte, das Grab ist da, wo ich gestorben bin, da außen. Ja, aber darum sind da doch nicht alle Sachen drin, die du hattest, als du jemals gestorben bist. Da ist dann nur das Inventar drin, was du zu dem Zeitpunkt hattest. Ja, aber... Komm jetzt hier her. Da. Da ist noch das Sauerstoffgier. Das brauchst du. Deine Sauerstoffmasse, warum? Ich weißt du die weg? Ja, was? Ich hab die nicht weggeschmissen. Doch, hast du. Alter. Ich hab die da oben, wollte ich die reinziehen. Alter, ist das eine Scheiße. Also ich nehme dir jetzt Sauerstoff-Dings mit. Ja, würdest du mir bitte entgegenkommen? Ich weiß auch, ich bin immer sehr entgegenkommt. Ah. So. Einmal alles eingesammelt und auf zum Spaziergang. Nochmal was essen. Ich hab ja Zeit. Wie, was zur Hölle? Bist du da? Ja, ne? Da bist du. Hep, 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 hep. Aufsetzen. Alles. So. So, jetzt stirbst du nicht mehr? Nein, das stirb ich nicht mehr. Wenn du mich nicht tötest? Ich hab dich nicht getötet. Das war ein Zombie. Natürlich hast du mich getötet. Du, das war ein Zombie, während ich gerade bei den Quests am gucken bin. Da konnte ich mich überhaupt nicht gewähren. So, hier ist noch was von dir. Der ist, glaube ich, auch von dir. Ach, nimm auch das hier. Und den hier. Keine Ahnung. Da ist noch ein Buch. Upgrades. Kann man was du noch brauchst. Oder hattest. Ich hab noch ein bisschen Zeug hier in eine Kiste reingepackt. Vielleicht ein Schwert. Mein Schwert wäre geil. Ach ja. Schwert, Axt. Na cool, das war zwar nicht meine Axt, aber auch gut. Meine war es auch nicht. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Meine Fresse. Was denn? Okay. Interessant. So. Jetzt muss ich noch mal was essen, damit ich meine Herzen wieder auffüllen. Du hast mal diese extra Wünsche. Mach mich nicht böse. Doch. Komm, ich back mir ein Brot. Das war super. Ich brauche zwei Schleimbälle, vier Meteoric Iron Ingots, zwei Oxygen Fans, einen Advanced Wafer. Dafür bekomme ich einen Fluid Manipulator. Und den wiederum kann ich dann verwenden, um dann zum Beispiel den Water Electoralizer zu bauen. Der Form braucht allerdings etwas viel Strom. Ich glaube, so viel Strom haben wir momentan überhaupt nicht. Schade. Dann müssen wir mal wirklich erst mal zum Mars. Ja, haben wir ein Chemical Synthesis Machine. Ja, das ist die oben. Das ist schön. Dann brauche ich nicht Carbon Nanotubes. und Gold. Okay. Und den Nether Star. Hast du eigentlich den Nether Star? Ja, der ist in irgendeiner Kiste. Going up in the world. Fuel, hör ab. Now it's not easy to be rubbing yourself if... Okay, if Rocket Fuel. Ich glaube, das sollte heißen in Rocket Fuel. Haben wir gar kein Gold mehr? Ähm. Doch. Hier. Zehn Stück. Sollte reichen. Ach, warte mal. Kriege ich denn aus dem Gold auch? Mein Gold Powder raus? Jaja, das gab schon irgendwie. Tech Müll mit der... Ja, mit der Synthesis Machine brauche ich halt das in der Flasche, ne? Ähm, ja. Aber du kannst ja den Decomposer... Air Fuel Loader. Ja. Da kommt man Thermo-Unterwäsche und am Ende muss man... So, Redstone brauchte ich hier auch noch. Okay. Ein Fuel Loader, okay. Einmal Fuel Loader zum Mitnehmen. Ach du Scheiße. Und... Wo ist denn jetzt das ganze Eisen? Haben wir gar kein Kohlenstoff mehr, ne? Nö, anscheinend nicht. Äh, ich brauche fünf davon. Äh, ich brauche auf jeden Fall dann auch noch, äh, Kohlenstoff. Ja, ja, ich auch. Äh... Äh... Ne, ich wollte das eigentlich andersrum machen. Decomposer, Gold. Oha. So, der Decomposer steht auch oben. Nein. Quatsch, hier unten meine ich. Ja. Der steht auch hier unten. Genauso wie der Synthesizer oben steht. Äh, der steht da... Wo steht er denn? Der steht da hinter den Dingern. Wo ist denn jetzt hinten? Hä? Guckst du denn? Ich habe doch gesagt, der ist unten. Hier. Der Decomposer. Ach, hier steht der. Ach, da unten drin? Ja, das volle Ding hier. Ich muss das mal ein bisschen ausleeren. So. Äh, Quatsch. Wow. Äh, wo kann ich denn da jetzt... Da, wo momentan noch die Zellulose drin ist. Das heißt, ich muss warten, bis das durchgelaufen ist. Ja. Das Problem ist mit... Der kommt da irgendwie mit dem Rausspucken nicht so ganz hinterher, wie du siehst. Ja. Sehe ich. Na ja. Man hat ja Zeit. Ja, selbstverständlich. All it easy. Na, das dürfte erst mal recht. Chlor. Ja. Können wir ja ein Schwimmbad betreiben. Das hast du schon mal gesagt. Okay, wo bekommen wir das her? Oh Gott. Oh, Moxfuel. Creative only, creative only. Äh, ich nehme jetzt hier mal... Du nimmst jetzt mal was. Ich nehme da jetzt mal was raus. Damit er hier mal irgendwie weitermacht. Na gut. Ah, hier ist das Rezept. Scheiße. Wir brauchen Stahl. Na, jede Menge Stahl. Ach toll, jetzt sind wir. So, jetzt hier erst mal mein Gold. So, und dann kann er hier machen, was er will. Toll, jetzt habe ich hier auch ganz viel. Ja, was hast du ganz viel? Jetzt habe ich ganz viel Zeit in der Tasche. Wie war denn das hier eigentlich? Hast du das, äh... Einfach hier reingeworfen? Ja, irgendwo. Zack, zack, so. Hm, ist voll. Oh, warte mal. Na, was da? Den brauche ich auch noch. Ich glaube, ja. So, das und das brauche ich nicht mehr. Das ist auch alles voll. Oh, mein Gott. Oh, komm mal, Carbon. Na, guck mal, 5 Stahl. So, ich brauchte erst mal... Äh... Genau, mit der Synthesis-Maschinen brauche ich 16 Stück. Das heißt, ich brauche 32. Und ich habe 32. Ist ja verrückt. Oh, du gehst ja richtig ab. Ja, so, hat es da auch ein 4 Stück. Haben wir nicht, dass da haben wir Crash-Dime. Und dann brauchte ich, äh, 3 Carbon-Nanotubes. Ja, das ist ein 4 Stück. Und für eine brauche ich 4 Stacks, 64er Carbon. Das heißt, ich brauche 12 Stacks Carbon. Das sollte auch irgendwo sein. Wo haben wir es? Ja, das, äh... Brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen. Fuel Loader, fertig. Ja, das muss ich ja noch 있지. Aber ich brauche ihn, glaube ich...